Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der wunderschönen St. Kalee in Kalee Fieberkrimi. Ja, von Kalee den Ultramabber. Habe ich vergessen, ne? So eben ein Schluck Kaffee. Nicht, dass ich hier gleich einschlafe. Das wollte ich nicht. Von den stressigen Arbeitstorben, ne? Ja, ich habe nicht wieder gar nichts gemerkt. Nur ein bisschen was habe ich gemerkt, aber es war nicht die Rede hier. Alter, nein! So, da können so ein Arbeitstag nicht lang werden, ne? Ich brauche erst mal profiten, ne? Aber dann wollte ich schön Körperpflege machen, ne? Schön heizborden, weil man ja nur noch durchfriert auf der Arbeit, ne? Ja, ja. Es ist so, es ist wie es ist, ne? Es ist dramatisch gehandelt, den man lernt. Was willst du machen? Nichts. Nichts. Nichts mehr zu sorgen, ne? So. Das haben wir. So, ich habe mal eben ohne euch fertig geschwatuliert, ne? So, lange Rede, gar keinen Sinn. Seid mal, wie ein Muck wie der. Nächstes Ladewagen fahren. Ne, ich hoffe, wir pressen erst mal. Dann habe ich den Schwaderohren nicht an der Wand bestellt. Schick dran. Und dann, ähm... Was tun wir dann? Ladewagen fahren. Das wird ja doch ein bisschen Säcken ziehen, ne? Ladewagen fahren wir. Jetzt hast du viele Ballen oder so. 1,50 Meter. Der ist okay, Kollege. So wollen wir denn. Sanchi-Kram, ne? Irgendwann ist hier inne. Svenni muss sich noch ein bisschen Zeit freischaufeln, ne? Ich wollte ja zu Marion und dem Sven auf dem Server. Mal gucken, dass wir Freyda hinkommen. Oder wann? Freyda stehen damit auf Hände da sind. So. Ne? Zeit freischaufeln. Hahaha. Wie glaubst du da dran? Dann kommt hier ein MET-Update, dann ist da was, dann ist hier was. Na ja, na, ne? Jetzt kommt ein MET-Update, ja, immer das nächste, ne? Das ist wohl, glaube ich, Standard, ne? Erstes Spawnings und dann nie noch MET-Update. Echt schicki fein. Oh. Ich hab' die Sonne gelassen. Aber Jones, ne? Ich wollt wohl Freitag nachmittag vorbeikommen, ne? Tutti, wie ist vor euch? Späten nachmittag. Wir müssen erst noch mal ein IAC haben, ne? Wenn der Schlitter auf den Hof kommt und kann kein IAC fahren, ne? Ich schreib' ihn dann immer an. Ja, ne? Ich hab' ihn dann ja was machen. Diese Woche ist wieder vollgekroppt ab. Hier und da und. Ich würd's ja auch machen, ich würd's ja auch machen. Und hast manchmal auch keine Larn mehr. Und machst du's trotzdem. Und das ist halt auch Leben, ne? Ich mach's nicht vorne. Ja, ne? Ja, wär gut, dass die Ostseeküste auch so früh ein Update hatte. Aber da machen wir jetzt nur noch ein Projekt auf der Ostseeküste, ne? Das kann ich nicht. Ja, ne. Geht noch kommen? Geht noch kommen oder Mittwoch? Ne, warum sind die Zeilen? Wie ist im kleinen EDS? Kann ich ja mal ein Wesen. Erst kommt morgen. Morgen ist es Mittwoch? Ne, Mittwoch. Ja, dann ist das auch schon gewesen. Ne, wir machen nur noch ein Ostseeprojekt. Aber dafür zwei Folgen wahrscheinlich am Tag. Je nach Zeit, ne? Ich glaub, das ist sinnvoller. In meinen Augen wieder zwei Ostseeprojekte. Dann ist, glaub ich, besser. Ne. Dann hab ich mich auch so zu entschieden, dass ich den Boot wieder holen wollte. Das war ja eh so nackig. Das war ja. Schick, Heubelkiss. Soll ich noch gleich mal ein Bild machen, ne? Oh, man. Der Paul. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das macht man halt aus hier! Das hat's ja nicht vor! Ja, das ist conquered. Achso, wo sind wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Weiß ich doch nicht mehr. Ich bin schon total verstanden vom Unterarbeit sein. Unterarbeitet sein. Es gibt ja nicht überarbeitetes, es gibt auch Unterarbeitet. Naja, in 5 Minuten habe ich heute gearbeitet. Dann war ich bei unserem Betriebsstättenleiter in Büro heute Morgen schon direkt um 20 vor 7. Und jetzt auch hast du Arbeit für mich. Gibt es Aufträge. Schlechte Arbeitslagen und so. Ich sage ja, ich finde das aber nicht immer so krickelnd. Da ist ja den ganzen Tag umzusitzen. Ich sage, man sieht zwar die Arbeit, aber du kannst den anderen Leuten ja nicht einfach das bisschen Arbeit, was da ist, wegnehmen. Da habe ich mir auch zugestimmt. Ich habe mir dann was geguckt. Dann habe ich auch Aufträge gekriegt. Und dann musst du so einen Anschlag noch einbauen und so. Und wegen den Längenmaßen. Ne, keine Gestelle da. Tü-tümm. Ne, dann war es dann mit Arbeit. Ne, die Schiffe. Wollt ihr die Küka unten? Nein, das ist zum Häusen. Moment. Zum Glück ist der Superanleiter hier um ein krankes Stück. Das wäre der Traum oder der Kondel im Alleur. Da könnte es wahrscheinlich draußen ruf liegen. Oh, das ist ja auch... ...und der Kondel. Und die... ...und der Kondel. Mein Freund der Anwalt, ja. Aber so ist das, ne? Irgendwas ist immer. Aber das kennt ihr wahrscheinlich selber. Das ist ja nicht nur in zu Hause. Wahrscheinlich sieht es bei mir anders aus. Das ist der Arbeitsplatz. Das ist der Arbeitsplatz. Schitter doch! Das hat man drückt, nein. Das ist sehr gut. Toll bitte! Schick, die fahr. Eine hause. No Moinie. No Moinie. Nee, das klingt immer gut. Nee, wir haben doch Eilig. Ladebaum fahren. Mit der Zeug zu machen. Die Rüge wieder, so wie sie sind. Oh, da kommt schon ein Schlag zusammen. Da läuft. Da läuft. Da muss ich da auch noch nicht warten. Das soll ja nicht mehr Ecke rumkommen. Wenn wir den Heuhalm nicht erden, ist die ganze Wolle nicht erden. Lass euch das gesagt sein. Das ist so gut. Und wir schicken Freunde alle Stühle zusammen. Wenn er nicht von der TV anfangen kann. Ich glaube, da läuft ja jetzt viel mehr und die Peepügel fällt. Wenn wir den Weihalm nicht zusammen. Dann fangen wir an. Dann wird noch voll viel Material. Du weh. Jahrhundert. Ja, die brauchen die da hinten. Dann wird die da hinten hin. So leisest die Regen. Dann müssen wir die da hinten. Dann müssen wir die da hinten hin. Dann müssen wir die da hinten hin. Dann müssen wir die da hinten wieder hin. Ich fahr da auch nicht witzig heute, du. 1, 2, 3. Das ist schon. Genau, genau. Z-Tipps abgeladen, ne? Puh. Puh, leider nein. Ist das wohl auch so rattenkalt? Boah, diese Nassgelbe, ne? Der kann's ja warm machen, ne? Unshikro. Wie schön. Aber irgendwie so ein Schnicker aus demnächst kommt oder so, ne? Ich weiß noch nicht, ob das stimmt, aber wahrscheinlich bin ich von mir. Wir brauchen überhaupt nicht. Das ist von mir. Kann man doch hier noch schnell zu schütteln. Ja, wir brauchen. Ich weiß noch nicht, wie schön. Ich weiß noch nicht. Das ist aber ein bisschen zusammen. Stunny ist im Moment auch auf dem St. Kallan-Akanne, das ist der 24.1., es ist Dienstagbuch auf dem St. Kallan-Akanne, hat er mir mitgetan. Gutes Gelingen! So eine schöne Meppe, die wir jetzt auf Mexikan zu sehen. So, dann haben wir ein dickes Gebüsch. Oh nein, hey Gott, ich fahre noch ein bisschen zu. Ich muss drauf durch. Warten zu machen. Rauchen zu hören. So. 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 Ich hab's Reden gegessen, ne? Ja, nix mehr. Das sehen wir öfter. Und wenn ich so umgedanken, ne? Neu! Was kann ich denn nutzen? Bitte geben Sie mir einfach kurz, und wenn ich die Zahlen auf dem dritten Monitor lesen kann. Schick, oder? Ja, das ist schon gut wiedergegangen. Jetzt geht's nicht. Oh, du bist so schlafen. Ne, ich fand ich noch nicht. Weißer was. Jetzt soll man nicht mehr. So, guck mal, haben wir das auch schon direkt abgefrühstückt, ne? Checkerhauten hinter. No. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erst mal danke fürs Zutaten. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen hören. Ne, kann ganz ehrlich. Wenn's euch gefallen hat. Hier auf dem Chaos-Kanal. Und die wollten nichts mehr verpassen. Ähm, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.